Darf man ja nicht mehr sagen. Was darf man nicht mehr sagen? Stiesel? Nee, Stiesel darf man nicht mehr sagen. Das könnte... Ich weiß nicht. Richtig gut sein. Hä, wieso? Leute, schreibt's in den Chat. Kurz nach Homescrollen. Ihr seid alle verlinkt bei mir. Das ist immer noch als Titel mit Szenario übrigens. Nur mal so zu infolieren. Nein, nicht mit diesen Idioten. Sorry, den Auer, aber du hast mich wütend gemacht. Fass es dir zuerst. Ja, nächstes Mal bist du tot. Nächstes Mal ruf ich LaFamilia an. Nee, keine Todesdrohung hier, bitte. Hab ich doch nicht. Ich hab ne Verschwindungsdrohung. Wo ist es denn das Premium, äh, dass man, äh, kein STP... Das hat man zitiert jetzt hier. TPA kann man nicht machen. Das wusste du ja nicht. Erschreck mich nicht so, Chris. Ich werde es immer noch kontrollieren. Ich werde es immer noch kontrollieren. Chris, wie so erschreckst du mich denn so? TPA ist es gut. Ich hatte einen Zehntelherzinfarkt wegen dir. Wieso kann man das eigentlich, muss das gehen? Warte, weil ich gut bin. So, warte mal. So mit Doppelung. La, bin so lustig. Ähm, tpcist.us, äh... das kann sein dass jetzt ein bisschen rumbacken und ich hätte ihn fast nicht bemerkt und bemerkt seit wann es dann hier ich habe immer unbemerkt Leute und du musst jetzt bauen ja 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 ich suche noch den richtigen Schieder weißt ich bin zu voll vorbereitet auf meinen stream stimmt ich mach auch noch ein Schader rein das wird jetzt nein für Lukas versteht mich für Lukas ist der einzige der mich hier versteht was mit dem Schader ist der Mixer kann mich nicht verstehen sein pc packt nicht und bei Lars weiß ich es nicht ich habe auch einen Schader die ganze Zeit jetzt dran ich habe die ganze Zeit schon Schader drinnen und was für ein Minus Light ich finde schon noch cool dass mein Fake Ich einfach ein Optifine Cape besitzt BSI Standard habe ich auch ein Profil Ultra hier guck doch mal BMXer guck mal komm mal kurz dorthin siehst du mein Fake Ich besitzt ein ähm Cape ja guckens Stream ich hab erstmal beide geöffnet so wo ist ein Fake Cape geht's nehmen bloß in Otto und es ist mein Cape auf ich will doch nur mein Leben und geht wieder das ist noch kein Skate das neue hohe 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 mit der Hände das muss ich auf der Webseite machen denn ich habe auch noch ein Optifine Cape Lars ja aber es kommt aber zu unserem Home ja was ist mit unserer Bels und wie kommen wir da hier hin Das Home-Plugin ist in Arbeit. Es gibt zwar schon alles mit Slash-Set-Home, aber das Neue ist in Arbeit. Kann man zwei Homes setzen? Nee, deswegen gibt es ja Neues in Arbeit. Und das ist auch fast fertig. Das programmier ich gerade im Stream. Okay, dann... Ich hab mir jetzt die Koordinaten aufgeschrieben, so ist es nicht. Ja, nee, baust du nicht. Nein, kannst Set-Home machen. Das 1 Home funktioniert bereits. Home 2 nicht. Ich setze hier mein Home und dann kann ich mich umhören. Ich würde sagen, ich baue mir einfach irgendwo einen versteckten Raum in Rathaus und dort wohne ich. Oh, mach mal. Nee, 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 nee. Ich kaufe mir hier meinen Riesenplot vor dem Rathaus. Nee, 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 nee. Ich hab nie eine Idee. Okay, ich baue... Lef, 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 ich baue dir eine Brücke. Dann hast du dein Haus auch in Minecraft. Boah, ein Riesengrundstück. Für Lukas... Für Lukas, verstehst du doch? Ich kam dich damals nur besuchen. Ich wohne nicht bei dir. Du wohnst unter einer Brücke, ich weiß. Nein, ich kam dich damals nur besuchen. Aber das war jetzt nicht so gemeint. Das war ein April-Shad. Abgelapft. Jetzt geht's. Warte mal kurz. Seid mal alle ruhig. Tongtong, rede mal kurz. Ja. Boah, ey, Tongtong, du bist im roten Bereich. Keno, ja. Hi, Keno. Komm mal her. Aber ein zu laut. Tongtong, rede nochmal. Tongtong. Tongtong, was machst du? Du bist jetzt auf 2% von der Lautstärke her und bist immer noch im roten Bereich. Riff, jo. Ja, warte kurz. Da muss ich mich lauter schellen. Meine Zuschauer hören nur noch dich, ey. Oh, na. Oh, Tongtong Channel ist im Stream. Hallo. Ja. Das ist ein Zufall. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe beide Streams nebeneinander offen. Ja, meine Streams hat er auch offen. Tongtong Channel. Ich habe keine Berechtigung, um einen Owner zu setzen. Einen Owner kannst du ja nicht setzen. Einen Member kannst du setzen. Einen Owner setzen? Einen Member kannst du setzen. Ey, das ist jetzt... Bemix, das geht jetzt zu weit. So, jetzt testen? Ja. Funktioniert. Ja, jetzt bist du Member bei mir. Jetzt geht es bestimmt so bei mir nicht mehr. Ja, weil das ist jetzt bei dem... Nee, geht. So, kannst du auch hier abbauen, in der Mitte. Bemix, der Block... Schlau mich nicht mit meinem eigenen... Nee, da geht es nicht. Bemix, der Block, den du am Abbauern warst, der ist bei mir immer noch am Abbauern. Ja, bei mir auch. Siehst du ihn? Ich freue mich nicht. Smash-LG. Ehm. Komm, Bode, jetzt nicht. Warte, ich edit dich noch. Buddy has joined your channel. Drei und auch ich... Lef, ja. Nein, 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 nein. Bitte, warte noch kurz. Ich, ich mach mir gerade ne neue Region. Lars. Ja? Kannst du jetzt nicht abbauen? In der Mitte? Ja, genau in der Mitte hier. Ja. Gut. Du bist jetzt geedit überall. Du kannst das überall bauen. Geht doch. Ja. Wie geht ein typisches Tom-Tom-Channel aus? Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom-Tom. Natürlich uneulich ich baue mir ne moderne Villa. Heute im stream. Nein, du brauchst jetzt erst mal die strassenden Stein. Lef, du dich. Ja. Lef, du dich. Lef, bonenstrich... Ähm, wir mir wieder zurückzufachen. Lef,ン. Äh... ...neslash... ...MSlash... ...darm vernünfteln... ...lash tpa. Ach ja, das ging ja noch nicht, Slash. Yelpen. bei region lefio bohnstrich home bohnstrich villa ja ich bin schon fast fertig wenn ihr meinen stream gut also tomtong channel guckt den stream ich bin schon ganz gut dran ich verstehe das auch nicht also für lucas kann man kurz auf dem server zu mir kommen auf welcher server sdp damit kann so auf jeden server kommen kusher hier kundern das ist der preis meines hauses macht mal bitte Also meines Grundstückes. Siehst du ihn, Fynn Lukas? Ich bin gar nicht zu weit jetzt. Du bist neben mir! Da guck, das ist der Preis meines Grundstückes. Gekauft. War günstig. Sehr schön. Ich bin gleich in der Hauslohn unter einer Brücke. Nee. Fynn Lukas begreife es doch endlich. Ich kann dich damals nur besuchen. Ich wohne jetzt nicht bei der Nachbarbrücke. Na, weil ich gestern es zu ihm gesagt habe, dass wir Nachbarn sind. Ey, Fynn! Warte. Wusstest du, ich habe keine Berechtigung, um den Port zu closen. Ich auch nicht. Es geht irgendwie nicht so richtig. Ich habe die Berechtigung. Gestern zumindest noch gehabt. Ja, das Plange wagt immer noch. Bemix, kannst du kurz zu mir kommen? Ich bin unter dem Rathaus. Ähm, Konfliktpunkte. Kommst du kurz? Ich habe mit einem halben Herz überlebt. Kommst du? Ja, warte. Bin ich gut ein Stück halt jetzt. Siehst du mich? Nein, ich sehe dich nicht. Ich bin exakt drin. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du. Loll, ich war bis jetzt noch weiß. Das Problem. So ist mir jetzt aber egal. Party, 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 Party of the Rock. Ring, 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 Stop. Party, 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 Party of the Rock. Kennt ihr den Song? Das ist Gottmode, Fragezeichen. Gar nicht. Ich weiß es ja nicht. Gottmode, der geht doch. Brauchst du den Gottmode? Wenn ich weiß, was soll. Gottmode geht für den Lukas. Gottmode geht. Echt? Also, ich habe den einmal im Spleef benutzt gegen BMX als Troll. Das Video soll ich mal hochladen. Ja, das müsste ich erst mal schneiden. Ich hoffe. Ja, aber das Video von heute hast du schon hochgeladen. Ja. Ich lag kein Video hoch, wenn ich streame. Boah, ey. Dein Ernst? Wer hat hier jetzt das Ganze sicher gemacht? Ich wollte mich jetzt gerade von den Hoch ausstürzen, was ist. Ich habe das sicher gemacht. Ja, aber das ist jetzt das Problem. Guck, für Lukas, ich stürze mich jetzt von Case Angling hoch aus. Also. Tuck, bin runtergestürzt, 0 Herz und Schaden. Und ich war in Gameur 0. Oh, pass. Das sieht so schön aus wie Jade. Hey, Fio, was machst du hier? Ich bin nicht bei euch, aber egal. Ich weiß ja. Du siehst du und streamst. Scheiße. Wie es musst du auch rachen? Ich guck auch dein Stream. Ich guck auch dein Stream. Echt jetzt? Ja. Ja. Daher kommt die zwei Zuschauer. Doch. Ah, ne, ne, meiner kommt, äh, bei mir kommt nur Tom Tom Tom. Oh, du bist so hart. Ich guck. Ne, Fio. Da, vor dir liegt noch ein bisschen Kohle, Lars. Ja, ich bin grad kurz. Wie baut man moderne Villen? Man zieht ein Quadrat? Da, da macht man Formen rein und du bist fertig. Und. Zack. Übrigens, Leute. Urlaubvertretung. Wieso das? Er ist im wenigsten einer dabei von einem anderen. Ja, weil, ich bin bei mir am besten Kontakt, glaube ich. Hä? Ja. Was hab ich dir denn angetan? Alles. Aber, ja, ich hab mit dem halt im Moment... Ich hab doch sogar in April Schatz ausfallen lassen. Ach, ne, den hab ich am Stream vorgeholt, sorry. So, wo komm ich jetzt hier wieder raus? Was ist überhaupt heute mit unbemerkt vorgefallen? Weiß ich nicht. Er kommt nicht mehr online. Richtig. Was ist mit ihm passiert? Sicherlich BMX seine Schuld. Ne, der ist krank. Ja, das ist wegen dir. Äh, ne. Er hat, er hat dich gesehen im Spiegel. Der ist aber, glaub ich, krank im Kopf. Ne, so sah er gestern aber noch nicht aus. Der krank im Kopf. Ne, eben, so sah er nicht aus. Ich hab 25 Eisendars. Ja. Ich mach nur so einen Witz. Unbemerkt, wirkte gestern auf mich zumindest nicht krank im Kopf. Keiner von euch beiden. Oh, ne, ich bin auf... Das ist doch gar nicht da. Keiner von euch wirkte auf mich jetzt krank im Kopf. Ich hab 32 Eisendarsitzung. Ich will endlich mal wissen, wie viel Lukas in der Nacht aussieht. Ach, ich auch, Alter. Oder ich will immerhin mal seine Telefonnummer haben. Ähm, ich hab sogar von MG100 die Telefonnummer, aber von Lukas nicht. Wieso willst du meine Telefonnummer? Ja, vielleicht hast du... Vielleicht ist dein Profilbild... Ja, äh, äh, du... Ich will nur... Ich will nur... Ich will... Ich will wissen, wie du aussiehst. Geil. Können wir deine Handynummer haben? Ne. Sowieso. Wie ist denn auch uns? BMX hat das beste Profilbild auf WhatsApp. Ja, ich hab wirklich ein richtig geiles Profilbild. Ich auch. Ich hab auch ein richtig geiles Profilbild, Leute. Mich selbst. Pfff... Du hast vermutlich gerade geil mit Scheiße verwechselt. Mein YouTube-Profil redet. Alter! Willst du dich jetzt einfach beleidigen, ne? Ne. Ich hab... Ich hab mit meiner Katze geredet. Meine Katze ist meine Katze, meinst du? Nein, deine Katze ist richtig cool. Meine Katze für... Meine Katze ist diese Katze, die immer auf meinen PC pissen will. Und meinen Gaming-Schulzer kratzen will. Lars, weißt du, was ich gleich zusammen habe? Ein Steck Geld. Äh, Geld. Klar, ein Steck Geld hab ich gleich zusammen. Ich hab gleich ein Steck... Ein Steck Geld. Für Lukas. Ich mach das, was ich am besten kann. Die Farmwelt, die ist doch... Ähm... Mit... Multiverse gemacht. Ja. Ne, so halb. So... Etwas in der Art? Äh... So halb halt. Es gibt ein Warp-System, aber Multiverse ist auch noch auf dem Server drauf. Ja. Ja eben, das mein ich. Ja, aber... Nein, die hab ich auf meinem PC erstellt und dann einfach hochgeladen. Und mit Multiverse importiert. Richtig. Eben. Das meinte ich. Oh, ich hab Eisen gefunden. Ich hab ein Steck Geld. Ich brauch... Das meinte ich auch gar nicht. Das war... BMXer, der das gesagt hat. Sowieso, ich versteh nicht, wie BMXer immer so wenig Geld hat auf dem Server. Da kann er sich selbst Geld geben, aber hat nie Geld. Ey! Er will nicht cheaten, ne? Er will halt nicht cheaten, ne? Eben, er hat null Euro. Ja, und er will nicht cheaten, ne? Das ist halt... Harter Arbeit. Genau du. Mit den Commands. Und jetzt hat er wieder plötzlich so viel Geld, ey. Er ist voll der Hacker. Bei dem hackt's doch. Ne, ich bin nur Moderator. Ne, ich bin nur Moderator. Okay, Straße 1 ist gebaut. Ein Stack... Ein Stack und vier... Vier. Warte mal, ich sollte mal... Money... Ein Stack und vier, vier. Okay. Ich könnte halt wirklich Money... Ich könnte halt Geld jetzt machen. Und zwar, ich könnte jetzt so halt... Wieso hab ich so viel... Ey, warum ist das so... Hä, wieso hab ich so viel Geld, ey? Meine Schwester fragt mich das auch immer. Wieso ist ich mehr Geld habe als sie? Obwohl sie arbeitet und ich nicht. Das ist ja meine Mutter und mich. Das ist sehr traurig eigentlich. Lars. Ich hab's gefunden. Warte mal. Ähm... Oh Gott, wie geh ich denn an? BmXer, wieso hast du einen Command-Block im Inventar? Wieso hast du mir einen Command-Block überhaupt gegeben? Hab ich nicht. Gibt's eigentlich schon Impf-Zie? Stimmt, das brauch ich mir auch noch. Ja, ein Impf-Zie... Das kann er ja gleich noch mit ins Atmen-Command-Still machen. Was denn? Na, Impf-Zie. Wo man ins Inventar von anderen sehen kann. Aber vergiss nicht zu machen. Aber... Moderatoren können nur reinschauen, Administratoren können es verwalten. Ja, das sollten Moderatoren auch können vielleicht. Moderatoren sind Kontrolleure. Und nicht Kontrolleure. Ich hab's dir mal gefunden. Schon wieder? Ja, ich hab's dir jetzt gefunden. Es war dir mal... Nee. Richtig gefunden wirklich. Okay. Tschö. Äh... Da ist 12. Eine Lösung wäre ja eine Sache für die 1-12-Guten. Alles Sachen finde ich richtig geil an der 1-12. Nein, schon bin ich nicht. So auch mit jemandem zu gehen. War ich nicht. Na... Ich... 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 Pssst. BMX, sag nichts BMX. Ich hab Essen gelesen. Ich hab... Ich nimmer gleich noch. Was ist denn dein Problem? Wenn ich dir Dias gebe, dann hast du die ja erfarmt. Oh, ich hab gehört gefunden. Erfarmt mit Reden. Ist doch cool. Willst du etwa dir nicht mit reden? Lars, ich habe... Ich hab einen Spawner gefunden. 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 Ja. Ich kenn noch einen Lars. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Verdammt gibt es viele Larses. Ich kenn die äh... 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 Hallo. Weiß ich nicht. Ne, du nicht. Ich gehör Difficulty so raus. Ja, der macht mal Difficulty an. Nein. Ne, der muss ich ja essen. Ja, Hebe. Nur Schokolade wird hier gegessen. Punkt. Ich habe... Es ist Ostern. Es ist Ostern, jetzt müssen wir alle dick und fett werden. Ne, man muss doch sagen. Na, wir wollen ja hier nicht pervers werden. Also pack deine Eier weg. Für Lukas, wie findest du den Spruch? Habe ich extra ausgearbeitet für dich. Jetzt alle mal ruhig sein. Es ist Ostern. Jetzt müssen wir mal alle dick und fett werden, ey. Ja, müssen wir. Hebe. Aber weißt du, was mein Problem ist? Ich esse etwa am Tag eine Tafel Schokolade und werde nicht dick. Ich nehme keinen Gramm zu. Seit vier Monaten. Und ein bisschen an Ärzten und so zu fahren und... Also, jetzt nochmal. Was machen wir? Bauen wir in den Ofen, man. Also, was wir machen, wir atmen nicht, wir leben nicht, wir stören nicht. Ne, ne. Boom. Was wir machen? Nichts. Ich brauche eine Eisenspitzsacke. Ich habe eine Eisenspitzsacke. TPA. Ach ja, das ging doch nicht. Strasch. T-Pini. Tongtong-Shenny. Halt. Bitte. Okay. Zwölf Eisen. Ich gehe mal auf unser Plot und dann mal ein bisschen Sachen zu machen. Nein, 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 schabt Gold, landet. Ich habe vier Diamanten, 64 Eisen, 63 Wetzlar, nochmal 23 Eisen. Zehn, äh, Gold, drei, zwei Gold, ich habe eine Diapicke, ein Goldapfel, 54, okay, ich habe ein bisschen was. Das ist eigentlich deutlich zu viel. Ne, zu wenig. Ja. Von dem, was man den Noten hat. Also, ich meine, es ist nicht die schulische Variante. Ich mache mal die ganzen Ofen und dann schmelze ich mal das Eisen. Nefio, verzieht dich, bitte. Wir sollten für Nefio mal die Word-Edit-Rechte wegnehmen. Nefio, wir sollten Nefio mal die Word-Edit-Rechte wegnehmen. Ich stehe hier die ganze Zeit baut. Ja, da bin ich auch für... Äh, für Lukas. Du weißt, wie viel ich hier baue? Da fehlt beim Report-System, fehlt noch Duplizieren. Nerven mit Word-Edit. Ist so, ich habe das mal unbemerkt, ist so, das brauchen wir unbedingt auf dem Server. Ja, und... Ja, eben. Wie soll man denn mich sonst reporten? Ey, extra... Aber hey, heute darf ich, heute ist 1. April. Warte, warte, warte. Und extra für Lerfio einen Banngrund, damit wir, ähm, äh, Word-Edit ausnutzen, damit wir ihn für 10 Minuten, äh, bannen können vom Server. 10 Minuten, dein Ernst? Ja, nur wenig. Heute ist 1. April, heute darf ich. Das ist eigentlich zu wenig. 10 Minuten, Leute, 10 Minuten sind eigentlich schon noch zu wenig, oder? Na eben. Ja, wir können ihn ja öfter bannen. Verstehe ich auch nicht. Wieso 10 Minuten, wenn man mich gleich 2 Jahre bannen kann? Richtig, wieso 10 Minuten? Slash-Bahn-Bahn-Video 1. Ich bin für permanent. Danke sehr. Genau für das war ich auch. Slash-Anbäden. Äh, für, äh, bist du per Mal gebahnt? Ja. Ja, endlich. Wir sind D4 los. Nee, irgendwie nicht. Hä? Ich glaub, da kann man jetzt wieder joinen, ne? Weg. Du bleibst hier weg. Ist nicht mehr gebahnt. Hat er sich selber gebahnt, äh, ne? Nein. Ich bin nicht so schnell, mich in ne Konsole oder sowas einzuloggen. Und deshalb hab ich gerade keine Lust. Kannst du eh grad, äh, es wird es... Wieso kann ich gerade nicht auf die Kissen zugreifen? Ah, jetzt. Weiß ich nicht. Weil ich, ähm, gerade reloaded hab und jetzt nochmal reloaded werde. Oh. Geht das Home-System jetzt eigentlich? Ähm, ja, gleich. Es dauert noch ein... Ich bin nur noch nicht ganz sicher. Ich hab's noch nicht ausgetestet. Wieso bin ich noch nicht entmahnt? Slash-Set. Du bist entmahnt, du. Set-Home-Nah. Warte mal. Home-Nah. Lass mich das mal ausprobieren. Äh, Fehler. Warte. Test. Slash-Home. Warte mal in den coolen, äh, Roar. Ich hab' für Existiz. Yo, Benefond als Server. Die Sache ist, ich wurde richtig gebannt. Bin ich hier. Hallo? Wer ist da? Supporter, MG. MG! Siehst du, von Lukas, von ihm hab' ich auch seine Telefonnummer. Ey, MG, krieg' ich auch noch deine Telefonnummer? Warum? Wir müssen ja alle die Telefonnummer haben, nur von LeFN nicht. Könntest du mich mal bitte jetzt wieder richtig entbannen? Ich komm' nicht auf den Server. Slash-On-Ban- BMXer- TV-Bundrich-YouTube. Diese Spiele ist nicht gebannt. Pardon, Mann. Ach so. Haben wir Pardon-Rechte? Nee, kann ich nicht. Ich kann, ich kann auch Admin kicken. Wow, ist mal was Neues. Ja, du kannst alles kicken. Joa, du wurdest gekickt während der Connection zu City mit. Joa Bennett von dem Server, Reason 15. Ich hab LeFN für Test gekickt als Grund. LeFN, du Otto! Du weißt schon, ich bin am Stream. Seid ihr am Stream? Ja, darum heißt der Chat auch Stream. Ja, ich hab gedacht, ihr tut nur so. Neimal, kannst du jetzt wieder drauf? BMX, kannst du wieder drauf? Ich finde dir mein Gebäude. Warte, ich bin dabei. Ähm. Nein. Warte, warte, warte eine Sekunde. Ach so, dort? Da war ich, ich war schon bei dir. Da kann ich nichts für. Kann jemand mal... Wer hat mich richtig gebannt vom Minecraft-Server? Ich kam nicht rauf. Pardon, mit Pardon. Der Crazy Muffin hat gesagt, die Konsole bandt auch übers Plugin. Nee, macht sie nicht. Ja, die Crazy Muff. Du hast die Konsole, meine Konsole zu banden. Ähm, das habe ich nur damit, dass ich verwundern sollte eigentlich. Der macht über die Kante. Es ist 1. April, okay? Mach über die Konsole, pardon, und dann bin ich so, die Fotoscheid. Und dann lass diese scheiß Konsole in Ruhe, sonst... Ja, ich benutze sie eigentlich wirklich nur fürs Backup, aber heute ist 1. April. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bye. Ich wünsche euch keinen schönen Tag. Abonniert alle mich. Ach, ich komme ja nicht zu ihm. Hier ist er. Wartet doch kurz, wartet kurz. Weil er mich gebannt hat auf einmal. Ich weiß nicht, warum hat MG... MG hat so gebannt... Ich habe... Äh, reported. Ich habe reported. Ich habe reportet. Wo ist der Tom-Tom? Der ist in der Farmwelt. Ähm... Hier ist es voll dunkel. Äh, wo? In der Farmwelt ist übelst dunkel. Äh, wo ist... Okay, ciao. Äh, schau. Nein. Zwei Wochen. Ah, ihr habt eine Standard-Bahnplacke. Nein. Das ist jetzt gekodert. Also ist dann Bahn... Das Bahnplacke. Wir haben einen Spezialgrund. Banni mal für einen Spezialgrund. Welchen? Deinen. Das ist eine Spezialgrund. MG-115. Darf nur ich machen. Tod von BMX überfahren. Ja, das hatte ich schon vorhin. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Für, äh... Ich komme nicht auf den Server, man. Ja, ich bin dran. Äh, pardon? Pardon, man. Ich kann auf die Bild nicht klicken, da passiert nichts. Oh, doch jetzt. Ja. Okay. Sollte es jetzt ein Band sein? Ich will in die Farmwelt, lass mich in die Farmwelt. Kommst du drauf? Warte, 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 warte. Nein, warte. Ah, ich reconnecte. Ich reconnecte, okay. So, eine Wicht. So, versuchen wir's. Oh, ich bin drauf. Ja, gern geschehen. Heute ist erst April. Okay, warte kurz, warte, warte, warte. Du wurdest gekickt. Während Connection fortgibt. Okay. Da ist er drauf. Viel Spaß beim Tunnel laufen. Der Server hat was geschrieben. Der Server hat was geschrieben. Oh, ähm, wisst ihr da, was im Chat gerade steht? Das ist, äh, Autotextnachricht. Ja. Ja, da habe ich auch so eine lustige. Die Bandalle. Echt jetzt? Ja. Ich habe sowas. Dann habe ich auch noch... Hey, Moment mal, MG. Mg, versuch mal diesen Command hier. Äh, das geht nicht. Welchen? Versuch den hier. Welchen? Ich habe einen Chat geschrieben. mtd, slash mt, slash mt, und dann der, slash d. Ich bin bei den, äh, typi, äh, tong, tong, tong. Ja, da kannst du gleich wieder weggehen, tp, hier, mt, g. Weg mit dem. Weg mit dem. Ich bin alle bei mir. Ich bin ein Fan, kriege ich ein Autogramm. Aber, bitte, ich habe sogar mein Autogrammbuch dabei. Hallo. Tp, ich. Nein, ich will ein Autogramm. Tp, ich. 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 Wolle Ohr ein Woller Wau die Grösse Schäuble ist gar nicht Stuttgart du kannst in dem Modul ja ich bin verstehe ich nicht wie zu dürfen Supporter Gehmot ja weiß ich ich muss hier durch das Ganze groß eigentlich sollte ich das sie kann ich nicht nur ein bisschen Kommand wo ich welche von einem Plot erbauen kann man glaubt es muss auch können in deinem ja dann gibt es ich kenne ihn nur nicht inhalt er geht inhalt warte mal ich versuchte mal er geht Klaas und komm mal komm mal zu sporen Bahnen und geht es ist sehr hoch ich habe in der Jahrzehntel ja hab ich kommt so ein paar Wartner ne gibt es nicht ja ich bin hier oh wir haben schon 4 die ist cool ich will doch mit euch zusammenspielen nein ich bann euch gleich alle ich bitte ich gehe ich bin ein normaler triffungspieler wir will einen admin key wir will einen admin key ich ich lefio kann man ja allein dann muss ich sie noch ganz kurz duplizieren ja ich kann ich man nicht kann ich konnte ich bin arm nein 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 du darfst nicht anderen spieler mann geben mach ich auch nicht ich habe nur ein dollar gegeben hier ihr kriegt alle admin schlüssel hey ich bin auch rein das ist kein admin schlüssel ich weiß das ist der hier ihr habt ein normales nebtec ähhhhh wie gekündigt kann mir jemand bitte geld geben ja ich gebe ja ich gebe ja Slash du hast schon Geld wie ist der command oh was ist die Autotex Nachricht die nervt mich wie kann ich sie aktivieren du hast ein euro wir dürfen ihm kein geld geben ja wir dürfen ihm kein geld geben ich gebe ihm auch kein geld ich gebe ich nehme jetzt nur das startkapital ja ich auch siebentausende ja zweimal schau dein geld an hat das schon hat das schon schau dein geld an das startkapital wo kann ich mich selber auch wenig sagen können die nächste er hat mehr Geld als du ne hat er nicht wo kann ich doch wie kann ich die Autotex Nachrichten in dem du sie löschst ja in den Chat und dort gibt es so ein lustiges A auf der rechten Seite oh das startkapital ist doch 4000 nein mit welcher Taste ist das nochmal ich keine Ahnung du musst T drücken drück T rechts unten auf das witzige A wo Autotex draufsteht ah ja ich tu den Key ein bisschen ändern äh kannst du mal noch kurz kommen Mg kannst du bitte kurz mal mein Haus wo im Bau ist beurteilen das ist mein Haus im Bau kannst du es beurteilen ähm schlecht 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 ja ich weiß bin nicht so gut im Bauen oh das ist gut okay ich gebe es zu ich gebe es zu das wird das Rathaus das wird das Rathaus ich gebe es zu der Raum hier ist von BMX der hat lustige Lampen der die Map ist gedownloadet ne die hat lustige Lampen das sind geile Lampen Livio hast du Lust zu bauen ich baue doch schon nein Livio 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 was du machen musst du musst das System in der Straßen wo Straßen bauen du musst ja habe ich ja schon angefangen guck hier habe ich schon einen Tunnel gebaut okay nein den muss ich noch dekorieren fang an fang richtig an los ja ich bin ich bin ja dran ich bin ja dran bist du fertig bist bist du fertig bist hältst du jetzt die Schnauze ist nicht möglich ich muss reden nix damit reden du hast ihn gemutet ja ich habe ihn gerade gekickt weil er im Weg ist sorry Mg sorry jetzt wollen wir nicht weiterbauen mal hier anfangen haus zu bauen du bist entmutet kann ich mithelfen nein wieso bist du nicht mehr gemutet so hey BMX admin nach äh admin vor Moderator admin nach Moderator je du darfst niemanden muten der ein admin entmutet was soll das denn das steht in der Regelung so aber egal echt ja hab ich die Regeln der Lefio hat die Regeln durchgelesen ich hab sie verfasst du nicht okay ich hab sie nicht verfasst aber ich war dabei beim verfassen okay okay nein ich hab sie ich war nicht mal dabei aber ich kenne den Verfasser und ich kenne die Regeln inna und auswendig willst du bitte mal aufhören mich immer zu dir zu tippen dann sagst du mir mal ich hab sie gerade offen nein danke los fang an das hast du dir selbst eingebrockt nee 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 ihr habt keine Beweise sonst sonst rufe ich La Familia die haben Beweise Beweise dass ihr nie existiert habt bitte nicht nicht Familie die haben Beweise dass ihr nie existiert habt darf ich jemand random tp'n nein verboten weil ich halte ich halte gerade tapp ich tp'n das habe ich gerade auch gemacht ich bann jetzt zu jemanden mit der 15 aus Versehen jetzt bin ich wach ich hab random gemacht sorry Tom ich hab's nicht gemacht sorry Lars es war random es war komplett random es ist nichts gegen dich er hat was gegen dich ne wie kommst du so rauf dann nur was gegen deinen Namen ja ich hab auch was gegen ich auch immer mal wieder aus Versehen ich schenk dir was ich schenk dir was Entschuldigung ihr ihr schenkt dir das Mann ich kann keine Tunnel bauen was ist es was ist es die Kette Glas selber holen soll ich euch sagen was das war was ich hab mir als Entschuldigung ein Beacon geschenkt was ist es hier unten lefios weg polizeischützen polizei hör doch mal auf die ganzen Knöpfe zu benutzen ich wollte sie testen ja wie kann das nicht gerade schreiben das ist schon zu viel äh ich würde dir raten möglichst schnell wieder hier raus zu gehen denn ich schließe in 10 Sekunden die Lücke wo ist die Lücke oder er geht einfach in Gamer 3 ach ja warte mal das darf er ja gar nicht hat er recht in den Gamer zu gehen ja bin ich ich bin Gamer 3 ach die Lücke ist schon zu ja was ist überhaupt gerade los muss ich ernsthaft mit internal spielen äh irgendetwas stimmt in letzter Zeit überhaupt nicht mehr mit meinem PC 20 äh äh wie viel war beim äh beim Admin-Shop ähm wie viel Glas konnte man da kaufen 32 und dann für welchen Preis 32 für 2000 neu aufsetzen ok 2000 nein wie viel Glas nein wie viel bezahlt man für 1 mal kosten 32 keine Ahnung du hast den anderen Job gemacht ich hab das da nicht hingesetzt aber es ist dein Job es war dein Auftrag das wissen die nicht jetzt schon jetzt wissen es 65 äh 75 Leute nein also jetzt noch nicht aber in 2 Monaten dann sollten alle meine Abonnenten das Video gesehen haben aua boah ey mein Ohr tut weh ist mir egal nur weil meine Katze heute 3 mal in mein Ohr gebissen hat ich hab keine Ahnung was die gegen mich hat alles ich hab schon überlegt heute sie zum zum Abendessen als als Tischdeko zu servieren ich weiß was ihr alle gedenkt habt aber sie ist nur die Tischdeko ja damit ich mehr zu essen habe natürlich Lefli sieht das gut aus nein danke mein mal warte warte ich hab's falsch beantwortet oh Gott hast du's gebaut ja nein okay warte ich schau's mir jetzt an sieht das bisher so gut aus okay ich nehm meine Aussage nicht zurück wieso fuck ich hab vergessen woran ich gerade gebaut hab ach ja Rathaus Lars weißt du was ich jetzt nicht mehr habe in einem Home zum mein Ding ja also irgendwie klar was ich kann's euch suchen ich kann's euch suchen das ist in der Farmwelt bei so Bäumen bei so Bäumen gut ich such's euch ich such's euch bei ganz normal Bäumen bei echten ja reichen Holzbäumen und da war auch eine Wüste in der Nähe der Wüste sagst du ja ich hab gerade ich hab ne Miene gefunden ich hab nen Dungeon gefunden da ein Dungion du hast dort ein Dungion gefunden gut lol ich hab gerade glaube ich nen TomTom gesehen oh mein Gott ein Dungion ja die sind sehr selten hab ich gehört ja ich auch puh die gibt's kaum mehr krass ja was du hinbekommen hast boah ey wo ist euer Base du hast echt viel im Leben erreicht ja eben ich hab Geld gekriegt dann war ich bankrott dann hab ich nach einem Monat wieder ein Hunderter gehabt eichenholz war jetzt nicht mit Savanna eichenholz wie weit seid ihr gelaufen das ist geflogen geflogen ach so aber eichenholz ja ihr seid doch psychisch der Lasagne warte dort vorne gibt's ein Anzeichen auf eichenholz ich seh eichenholz ach ne ist sumpf warte bei sumpf sumpf ne lianen und die kompletten bis haben sie wüssten Tempo vorbeigeflogen äh ich meine ich finde die geht die ganze Zeit Sporner oh der hat zwölf Diamanten drin nicht scherz nur zwei OP Äpfel aber hey das könnt ihr euch doch eh alles geben nirgendwo bist du äh irgendwo in der Welt kannst du dich zu mir tippen ja aber ich bin im Block ich bin im Block ach so ich helfe dir im G okay ich helfe dir komm ich helfe dir flieg nach unten nein geh schnell flieg nach unten flieg nach unten ich bin schon mal ich bin schon mal ich bin schon mal nein flieg nach unten ich will dir helfen flieg nach unten warte ganz kurz darf ich irgendwo in der Farm mit einem Biegen platzieren das ist Secret an den muss man suchen ja äh ich hab dir geholfen wieso schreibst du mir und redest nicht Mist ich muss noch Mg für ich will es auch gleich äh kann nicht sein ne der ist nicht auf der Internetverbindung ne meine Internetverbindung ist der Hammer ja 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 das merkt man das ist kein Scherz so ich hab ein Biegen platziert BMX sag sie wie meine Internetverbindung ist gut ist sie nicht ein bisschen besser als gut am besten hier ist der Secret Beacon der Secret Beacon okay danke zu wissen Minecraft Gamer 100 wo ist denn hier überhaupt der Spawn von dem hier Slish Spawn jetzt bin ich wieder hier wo ist denn der Spawn von der Warne das haben wir abonniert mein Kanal so Slish Game Mode hießt du per Zufall früher auf YouTube abonniert mein Kanal ja hieß du mal was ist das für ein Name na du hattest ja auch nichts aufgeschrieben dachte ich oder ne ich hab's wieder gefunden ok du kannst schauen bist jetzt verlinkt in meinem Stream ich glaube ich hab's wieder gefunden aber so also ich suche noch gerade bin ich bei euch allen auch im Stream verlinkt ich stream nicht ich hab auch kein Stream also tongtong ich mein dich also ich hab ganz viel Mann nicht mehr ich hab's gefunden ganze Zeit nicht ach so bin ich also der einzige ich dachte mir streamt auch ich hab's gefunden hätte der vielleicht mir auch mal noch sagen können ich will ich bin ne 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 das ist nicht gut das ist nicht gut ein Geh gar nicht gut warum darf ich das nicht in der Farbe verstecken Doch, aber doch nicht noch Diamantblöcke runter platzieren. Ich bin zu wertvoll. Lass ihn in der Luft so. Lass ihn in der Luft. Okay. Warte, ich mach's noch besser. Noch mehr ein Secret. So, mach Altmodus mit einem Papier und einem Stift. Das hier ist das größte Secret der Welt. Levio? Ja? Kannst du mir ein... Gefunden! Hast du gesehen? Es hat eine allergische Reaktion auf dich. Gefunden! Levio kann mit Drachen reingehen. So, ich hab noch wirklich... Ja, kann nicht was, ich kann nicht machen. Chris, diese hohen Turm brauchen wir jetzt nicht bauen. Das ist so auffällig. Was kommt den Drachen ein? Das ist der Schüsse set. War auch gar nicht wie ich's gar nicht. Hey, du strichst mich. Wo bist du hin? Du bist wieder drauf? Ich finde dich nicht mehr. Warum hast du mich gekickt, Levio? Ich wollte nicht Kick machen. Hast du aber... Eigentlich wollte ich... Bann 14. Sorry. Äh, 15, 15, nicht 14. 15, 15! Bitte, Drachenei. Ich will ein Ei. Ich will ein Ei. Ich will ein Ei. Das gibt's zur Verlosung. Ich verlose jetzt ein Drachenei. Ich geb dir ein Stein. Du verlostest ein Drachenei und ein Tongtong. Supporter, Moderator oder Administrator. Ja, warte, ich mach jetzt so random. Sagen wir's so, die Hälfte kann sich sowieso einfach in Gamebook geben. Nee, im Gamebook kannst du dir das nicht geben. Nicht? Nee. Junge, was machst du? Es lag. Was? Was? Ich werde jetzt so, random, mich zu irgendwas teleportieren. Okay, Tongtong-Scheinei kriegt das Drachenei. Hier, bitte. Ja? Nein! Hör auf, Levio! Ich hab... Das ist unsere Bestie. Mach ein, mach ein, mach ein, Anruf, 15. Ich sag nur, warte kurz, ich sag nur, jetzt habt ihr endlich mal eine schöne Aussicht auf den Himmel. Kannst du mir mal bitte sagen, wie du's eben gemacht hast? Äh... Mit der Spitze, guck. Das ist ja schippig hier. Kommst du auch hoch? Das war jetzt nicht mein Plan. Mach an, du! Unsere Leitern sind weg! Das war nicht mit Absicht. Jetzt ist ich heute wieder neu. Es tut mir leid, ich geh jetzt... Ich geh jetzt mit... Jetzt hör mal auf, Levio! Ich geh als Entschuldigung jetzt mit euch meinen. Slash Game Mode. Null? Hä? Ich will ein Drachenei. Ich will ein Drachenei. Drachenei. Jetzt hört auf, lasst uns zufrieden jetzt endlich. Ich mach ja nichts mehr. Ich werd hier die ganze Zeit gekickt und gebannt. So. Wir wollen jetzt ganz in Ruhe spielen. Darf ich ein Drachenei? Dann tue ich euch gar nicht. Ich will ein Drachenei. So, hast du. Ja. Ja, hab ich jetzt. Mach's doch viel einfacher. Hast du Word-Edit-Rechte? Nein, weiß ich gar nicht. Nie, so viele Löcher hat unsere Bude gemacht. Doch, hab ich. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Mann, Levio! Ey, Leute! Ich will wirklich nur mit euch meinen. Nein. Ich hab ein Becken gefunden. Okay, meiner. Ja, ich will dich auch schneiden. Alle, die jetzt... Ich hoffe, es ist für euch kein Problem, dass ich im God-Mode meine. Na, an Gott. Nein, dann kann ich nicht sterben. Und dann kann ich euch schnelle Diamantblöcke bescheren. Mann, Levio. Das brauch ich nicht mehr. Das brauch ich alles nicht mehr. Ich geh wirklich nur meinen. Lass uns bitte alleine meinen. Wieso? Hier, Chrissy. Ich bin gut gemeint. Lass uns bitte jetzt alleine meinen. Dann meine ich halt für mich, ey. Ja, aber nicht hier. Oh, mein Gott. Levio, so... Das sind wie viele? Oh, ich hab ganz viel Redstone und Eisen. Hey. Levio. Nein. Du machst normal vorangemessen, hätte ich... Meins. Ich meine hier jetzt. Das ist unsere Mühle. Nein. Da steht unser Name. Das ist die Farmwelt. Hör mal auf, das lecker ist. Mann, Levio. Ich banne dich für... Ich darf doch auch hier spielen auf dem Server. Du bleibst jetzt weg. Ich entbann dich jetzt nicht. Zum Glück gibt es ja noch die Konsole. Du darfst nicht in die Konsole, das ist mir verboten. Doch, wenn ein... Wäre eigentlich alles Konsolenrechte? Du bist schon entbann, Levio. Alle Administratoren. Ja, ich bin zur Zeit gebannt. Levio. Du bist nicht... Dieser Spieler ist nicht gebannt. Du bist nicht gebannt. Doch, ich komm nicht drauf. Nein. Ich hab dich entbannt. An, Ben, Levio. Levio. Dieser Spieler ist nicht gebannt. Okay, jetzt komm ich wieder drauf. Könnt ihr uns jetzt bitte endlich mal zufrieden lassen und alleine spielen lassen? Das ist halt so richtig. Soll ich die Uhr auch, meine Güte? Sollen wir zusammen etwas spielen? Bitte. Am Ende komm ich hin und beitert. MG. Bitte. Sollen wir bauen? Ja. Ihr wolltet was ganz anderes machen, Levio. Ja. Levio. Du wolltest was ganz anderes machen. Weißt du noch was? Ja, Straßen. Ja, wer macht das? Na ja, Mann. Übrigens... Ihr macht das jetzt so. Ihr baut jetzt zusammen die Straße. Wer hat hier so viele Dracheneier platziert? Ich hab nur einen Drachen. Nein. Ich hab's letztendlich undug gemacht. Das hab ich für dich. Guck mal. Ich geh jetzt wieder nach oben. Lars, äh... Hast du meine Freundschaft angenommen? Hallo? Hä? Nimm Levy mal meine Freundschafts-Anfrage an. Wo? Ich hab Freundschafts-Anfragen? Äh, Chat? Request? Ja. The night. Request. Nein, accept. Hi. Oje, so ein Typ's mehnt mich zu. Menn mal, sind wir jetzt allein im Channel? Ja. Soll ich die hier runterziehen? Nein, lass mal, lass mal. Äh, tu mal den auch in deine Serverlessen machen. Ich will dir nur die MOTD zeigen. Ach, äh, dein Server, den kenn ich ja schon. Deine MOTD ist MG100, dein City-Build-Server. Momentan Wartungsarbeiten. Äh, fahr mal mit der Morse Wartungsarbeiten drauf. Ähm... Ihr seid zurückgekehrt. Ja. Wollt ihr aufhören, uns jetzt zu nerven? Ja, vielleicht. Haben wir doch schon. Oh mein Gott. Und du brauchst jetzt auch wirklich deine Sachen da weiter, die du bauen musst? Lefio, weißt du, was ich spiele? Ich spiele es A Pistoli. Willst du mitspielen A Pistoli? Wieso bist du auf lange gegangen? Ich dachte, wir wollten jetzt zusammenbauen. Ja, ich will A Pistoli spielen. Das sind spiellos. Das ist, äh, unser eigener Erfinder. Bimo, wir haben selber erfunden. Den gibt's auf, man. Erpistoli. Voll geil. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss bauen, sonst tötet mich wieder BMX-TV. Aber darf ich, darf ich das Spiel dir erklären? Nein. Ich bin jetzt deprimiert. Aber weißt du, es gibt ganz geile, äh... Ich hab' leid gesagt. Du musst jetzt mit auch nur Auto mobben. Doch. Es gibt Animationen. Heizmaul. Und Rufsaber. Ich war's. Äh... Ist ja schon klar, dass du bei uns im Team bist und bei... Für dein Server durchgehen. Werbung macht... Werbung ist ja... Werbung machst? Oh, sehr Bilderbautkarte. Halt. Einfach bitte. Dein Maul. Darf ich doch schon. Nicht du, Lichu. Okay. Ich bin Betroff. Mach doch, was du willst. Nee, eben nicht. Es soll doch nicht auf seinem Server spielen. Lass ihn doch auf seinem Server spielen, solange er die Schnauzeite nicht bei uns ist. Aber... Ich kann zu euch kommen. Wenn ich darf, natürlich nur. Du baust... Jetzt... Das. Nervig dich etwa? Nein. Na eben. Ja, aber... Ach, das ist doch Sender. Wieso sollte ich überhaupt nervig für dich sein? Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir kommen auf so eine Idee. Lepheus. Ich heiße nicht Lepheus. Ich heiße nur Lepheo. Ach, da war ja was. Ständig. Lepheus. Ich weiß, ich glaube, ich mehrere waren, aber es ist nur einer. Ich dachte immer, du wärst ein paar mehr. Ja, ich bin... Ja, stimmt sogar. Vom Rathaus stehe ich hier auch noch. Ja. Was willst du denn? Jebe. So, Straßennetz ist fertig. Lass, wenn du zu unserem Plot kommst... Dann lebt er. Lebt er? Nein! Er ist so wieder da! Nein. Warte, ich habe eine Frage. Wer kennt von euch den Nährungs-Placer, oder? Niemand. Pssst! Niemand. Aber... Ich habe niemand gesagt. Ich bin da... Ich bin dort, äh, Moderator. Ich habe da einen Moderator dran. Nein, das ist April-April, du Vollidiot. Wie das einfach die meisten immer noch nicht gecheckt haben. Ja, du bist... Ey, du bist auf Grüfer. Games, äh, auf, 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 auf... Auf meinen Sucht bist du als Non-Premium-Spieler Normandie. Ja, das ist ja der Besten. Oder... Als Moderator, auf, 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 als Moderator heißt du dort Depp. Als Developer... Warte, als Developer heißt du auf meinen Sucht, ähm, Nerd. Als, ähm, Emerald-Trank heißt du spa... äh, ne, spaß ist eigentlich schon... äh, stink, oder so was? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles im Survival gebaut ist. Stinker. Stinker? Was? Ich bin mir nicht sicher, ob das halt im Survival gebaut ist. Es ist Survival gebaut, ausnahmsweise. Soll ich hier den Boden neu verlegen? Nein. Du sollst jetzt deine Sachen zu Ende bauen, Mann. Mach ich jetzt. Guck, hier. Ich muss... Hier. Als, als, ähm, als... Ja, ähm, ciao, ich geh da mal. Na endlich. Danke. Oder vielleicht. Ich komm gleich in die Kamu. Hapis dich! Du nervst! Soll ich gehen? Soll ich gehen? Ich weiß nicht. Siehst du, wie freundlich er ist? Er überlässt dir die Entscheidung. Dir alleine. Wer hilft? Du darfst sagen, ob er leben darf oder ob ich LaFamilie anrufen soll. So, ich hab nicht die Paprika... Für was bist du? Ich hab mein Handy bereit. Für was bist du? Ach, für deine Mama. Ich geb dir gleich was, Alter. Okay, dann ruf ich kurz LaFamilie an. Äh... Ich muss mich noch kurz muten. Ich muss mich nicht lesen können. Jetzt kann's nicht sein, dass jetzt doch die Sonne scheint. Wenn du zurück zur Base kommst, sag nur Bescheid vorher. Damit ich einmal in unsere Base gehöre. Alles, was heißt, Wetter. Wird alles geklärt. Morgen früh sollte das Problem behoben sein. Hat Nonna gesagt. Wie geht denn das für alle... Für alles aber den Chat wegmachen? Ich weiß nicht mal, wie es für ein Server geht. CC. Schon wieder ein Command, der sich überschneidet. Was ist denn mit CC? CC gibt's auch in Boxesniper. Oh, der hat voll cooles Laub. Oh. Nephio! Nee, 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 nee. Wenn du das machst, öffne ich die Konsole. Dann öffne doch. Bau jetzt an den Straßen. Du hast gesagt, ich soll es hier öffnen. So. Ich hab doch die Straßen schon längst gebaut. Guck doch. Ja, zur Zeit kann ich nicht mehr verlegen, da ich nicht weiß, ob ich mehr verlegen darf. Für Lukas hat mir null Informationen. Verleicht einfach. Okay. Oh. Ein Satzling. Sam, jetzt hast du mehr Straßen, wie du wolltest. Hier, guck mal nach oben. Okay. Das war jetzt deine Schuld. Du kommst jetzt nach Hause, Lars? Ja. Dann geh erstmal aber in die Base. Und wenn du in der Base bist, sag Bescheid. Ich bin zu spät. Ich hab die Kordis auf dem Zettel. Gut. Guck mal hier in die Truhe ran. Fuck. Was? Was? Der nächste meinte so, guck mal in die Truhe. Was macht der aber heute die Truhe ab? Der nächste. Du bist so ein Game-O-Cheater. Ich war noch im Game-O-Cheater, weil ich hierher fliegen musste wieder. Wegen dir. Was wegen mir. Mach dich fein. Weil ich dich verwundert habe. So, zack, 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 zack. Neun Dias, paar Stexteisen, so. Ich hab heute immer noch mit Stein gemacht. Schade, dass ich dich kehren kann. Ich hab den Command eingespeichert unter Autotext. Ich hab ihn nicht mal eingespeichert, ich hab ihn in der Konsole gespeichert. Wenn du mich abfacken willst, bist du für Autobild weggebannt. Ernsthaft? Autobild? Autobild war meine Idee! Gut. 15, stimmt. Sorry. Ah, da gibt's eigentlich noch Streitigkeiten unter. Okay, dann war's mit meinem Museum. Tschüss, ihr beiden. Damit schau. Alderwelen. Leute kann da� söyle.